Hey Leute, das ist mal wieder ein deutsches Video, weil wir einen deutschen Talk von der MediaCTC wieder anschauen. Aktuelle IP-Adresse ist 88.214.56.94 oder eben die Domain selium.com. Ja, wir waren hier stehen geblieben bei, äh, Dingens, Wand bauen, äh, Mauer, Wall, ne, weiß Bescheid. Ich glaube, ich nehme die mal mit. Hm, ja, ich habe jetzt leider keine Obsidian mehr und ich glaube, ich werde einfach ein bisschen Wasser wegmachen. Weil Wasser ist einfach Gift. Und, das ist in Zukunft sicher immer praktisch. Gerade wenn man alles in die Luft jagen will, ist Wasser immer im Weg. Und so, deswegen, ja, nerviges Material. Alles klar, so viel zum Planen. Äh, der Server hier ist ein Bandela-Minecraft-Server ohne Plugins, ohne nichts. Also, ganz wirklich offizielle, äh, Serverdatei von, ähm, Microsoft und, oder eben Mojang oder wie auch immer, wem auch immer die momentan gehört. Ähm, genau, hier gibt es keine Regeln. Also, wenn das was für euch ist, ein entspannter, sozusagen, Anarchie-Server, ähm, wo ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt, ähm, dann schaut doch gerne mal vorbei hier. Der Server wird noch einige Zeit online bleiben und, ähm, die Welt wird dabei nicht zurückgesetzt. Das heißt, ihr könnt hier was aufbauen, ähm, und dann könnt ihr hier in einigen Jahren wieder zurückkommen und, ähm, euch anschauen, was aus eurem, ähm, Zeug geworden ist. Also, wenn ihr wahrscheinlich ein bisschen nah am Spawn baut, dann ist es, äh, höchstwahrscheinlich komplett pulverisiert von Leuten, die, äh, einfach gerne Sachen kaputt machen, da das ja hier nicht, äh, eingeschränkt wird von irgendwelchen Administratoren, kann es natürlich zu, ähm, a Griefing kommen. Ähm, ja, aber sonst, äh, wenn euch das irgendwie interessiert oder wenn ihr auch mal ein bisschen, äh, ja, Sachen kaputt machen wollt, rumlaufen, ähm, und einfach mal ein bisschen leald sein wollt, äh, ohne mit Konsequenzen zu rechnen, rechnen zu müssen, ähm, dann, ähm, kommt doch mal hier vorbei. Genau, so viel zu Werbung für diesen Server, ähm, das war's, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns ingame und ich mach jetzt ein Video an und, äh, mach hier ein bisschen, äh, Wasser weg und, ähm, ja, wir schauen heute ein Video von der 35C3, äh, vom Chaos West, äh, track me a few, oh, ähm, genau, das Ganze dauert 51 Minuten, ähnlich lang wird diese Episode von der Werbung für LaserGurkenland auch dauern, also der Server heißt LaserGurkenland, by the way, lasst euch nicht verwirren von der Domain, die SillyHum heißt, ähm, ja, hat er keinen Bock auch noch eine LaserGurkenland Domain zu zahlen, ähm, genau, so sieht's aus. Würde ich sagen, let's go. Link zum Video ist natürlich wie in meiner Beschreibung, das Ganze wurde auf dem media.ccc.de Kanal hochgeladen, ähm, und wenn ihr da Bild und, äh, bessere Tomqualität haben wollt, dann klickt auf den Link in der Beschreibung. Gut, dann beginnen wir mit dem nächsten Vortrag. Track me if you, oh, wer von euch kennt die Bluetooth-Mac-Adresse seines Telefons auswendig? Jawohl. Ha, wer von euch weiß nicht, ob die sich ändert? Ein, zwei, wer von euch kennt die WLAN-Mac-Adresse seines Telefons auswendig? Keiner. Wer von euch ändert die Gewohnheitsmäßig? Keiner. Oder so gut wie keiner. An der Stelle kommen Clemens, Hoffner und Jinx, Claudia, ins Spiel. Die beiden werden uns jetzt erklären, was große Firmen mit diesen Daten machen, die man aus Mobilfunkgeräten, zum Beispiel Handys, manche nennen sie auch liebevoll persönliche Wanze, daraus gewinnen kann und was man daraus für monetäre Vorteile ziehen kann. Ein Applaus für die beiden, bitte. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Genau, das ist der Teil, wir erzählen euch ganz kurz, warum wir hier sind und warum wir das sagen können, was wir hier sagen. Mein Name ist Claudia Zotz-Mein-Koch, ich habe unter anderem auch den Datenschutz-Podcast, mache da ein bisschen was zum Thema Datenschutz. Prima. Ja, und ansonsten habe ich, ich glaube, sechs Jahre als Projektmanager in der Webentwicklung verbracht und habe da viele Dinge gesehen, was so an Tracking auf verschiedenen Seiten eingebaut wurde für verschiedene Gerätschaften. Ja, ich bin jetzt seit 2016 beim Chaos Computer Club und sehe jetzt gerade noch viel mehr davon und das ist ganz schön fucking gruselig. Ja, und mein Name ist Kevin Zopfer, ich bin schon länger beim Wiener Freifunk, also Funkfeuer ist das bei uns tätig und beschäftige mich auch beruflich mit Firmwareentwicklung Richtung OpenWRT, Embedded Entwicklung, komme eigentlich aus der Elektrotechnik, nur irgendwie hat es mich in die Netzwerk- und Wien, als Chaos Computer Club Wien und irgendwie wollten wir schon länger mal was machen zum Thema Offline-Tracking, weil es gibt dazu relativ wenig Informationen und das mal zusammentragen und bei mir ist das Thema auch beruflich mal aufgekommen und ich habe mich damit auch schon näher beschäftigt, deshalb, gerade weil man so wenig dazu findet, dachten wir, wäre mal interessant. Ja, ich hatte halt auch beim vorletzten Job, wurde ich gezwungen, mich mit Werbetechnik im Web-Bereich näher auseinanderzusetzen, Werbebanner und so weiter, was einer der Gründe ist, warum es auch jetzt nicht mehr mein Job ist. Ja, Offline-Tracking. Hooray! Spoiler, unter Offline-Tracking findet man quasi nichts, also wenig. Trigger-Warning, es wird jetzt gleich ganz viel Marketing-Sprech. Was man halt tatsächlich findet oder worunter man halt entsprechende Technologien findet, seht ihr hier. Location-Based Services, Big Data, Location Analytics for Retailers, das ist der Marketing-Sprech von Cisco, Consumer Data Industry, Cross-Device User Identification, Mobile Opportunities, das ist das von Google. Warte mal hier noch, Data Mining, Mobile Advertising, Data-Driven Marketing, was haben wir noch da oben, The Rise of Geo, Local and Hyperlocal, war eine hübsche Zwischenüberschrift in einem Artikel. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, braucht man eine gewisse Stressresistenz, was Marketing-Sprech angeht. Man findet tatsächlich relativ viele Informationen in Werbebroschüren von Werbeanbietern. Also, was sie tatsächlich tun wollen und aus meiner Erfahrung jetzt vom vorletzten Job, weicht das tatsächlich auch nicht sehr von dem ab, was sie dann letztendlich tatsächlich tun. Und das Interessantere dabei ist auch, dass Print-Broschüren von den Firmen üblicherweise wesentlich mehr Informationen beinhalten, als was ihr auf der Homepage seht. Gerade auf der Homepage ist üblicherweise, ja, bla, irgendwas mit Location. In den Werbebroschüren steht dann doch noch ein bisschen genauer drin, wie das tatsächlich funktioniert. Gut. Genau, damit uns jetzt nicht völlig schlecht wird, sagen wir weiter Offline-Tracking. Und dem begegnet man üblicherweise in Shops, also wo auch immer ihr halt in so einen Laden reingeht, auf Einkaufsstraßen, Straßenverkehr tatsächlich, durch Verkehrsbetriebe, Bahnen etc. und an ganz vielen anderen Stellen. Gut. Genau, wer oder was? Wir haben, fangen wir mal ganz außen an, wer oder was trackt euch? Natürlich einmal die Mobilfunker, wo ihr jetzt mit eurem Telefon in deren Netz euch aufhaltet. Da jetzt nicht so viel. Eins, zwei, Tests. Ah, Geräte und oder Betriebssystemhersteller, App-Hersteller, Wi-Fi, wenn ihr Wi-Fi aktiv nutzt, also aktiv anschaltet, irgendwo ein öffentliches Netzwerk nutzt. Wi-Fi-Passiv, das heißt, wenn ihr das Wi-Fi aktiviert habt, aber euch nicht in irgendein Netz einloggt. Bluetooth, Kartenzahlung, Kundendaten, Videoüberwachung und alle möglichen Dinge, von denen wir jetzt noch nicht wissen, dass wir sie auf dem Schirm haben sollten. Für Mobilfunkbetreiber gibt es gerade eine Studie von diesem Jahr, das ist in dem Fall eine für Österreich. Die Kurzfassung ist, österreichische Mobilfunker benutzen und vermarkten die Bewegungsprofile der Kundinnen. Ob dort Möglichkeiten, so mittel, ist nicht vorhanden. Also ich glaube, einer von denen lässt es tatsächlich zu, alle anderen nicht. Die URLs, beziehungsweise halt Adressen von den einzelnen Studien und was wir so zitieren, haben wir in den Slides unten drin. Die können wir dann auch gerne zur Verfügung stellen, dann könnt ihr alles auch nochmal selber nachlesen. Ich empfehle vorher einen Schnaps. Google Standortdaten. Wer hat es noch nicht mitgekriegt dieses Jahr? Also ganz neu ist es jetzt noch nicht. Google trackt Standorte der Nutzer ihrer Services, völlig egal ob Android oder iOS, auch wenn es keine, beziehungsweise wenn es einen aktiven Widerspruch dazu gab. Da gibt es einen längeren Artikel bei der Future Zone und einen auf Netzpolitik.org. Wie gesagt, URLs sind dann auch da, kann man sich dann nochmal in Länge durchgeben. Wir gehen jetzt kurz über solche Sachen drüber, weil wir dann nachher zu Wi-Fi und Bluetooth nochmal im Detail kommen. Apple wichtige Orte, wer hat hier ein iPhone? Ich sehe Hände. Gut, wer hat wichtige Orte ausgeschaltet? Wichtige Orte? Was? Was ist wichtige Orte? Leute, ich muss kurz mein Handy suchen. Ich habe natürlich kein iPhone, aber ich muss kurz mein Handy suchen. Wichtige Orte, von wann ist denn das Video gibt es die Option überhaupt noch 2018? Ich muss ja mal nur das Video machen, aber ich kann zwar auch immer filmen, aber ich kann gar nicht nur das Video machen, Was ist denn? Hentfel... Hm... Vielen Dank. Systemdienste. 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 Vielen Dank. Ah, ich habe es gefunden. Das ist natürlich... Ah, ich bin schon ein Bad Rock, cool. Etwas lange gedauert. Wir haben 100 Leute gefragt, um genau zu sein, eigentlich primär die Menschen, die gerade am Tisch waren, als wir die Slides gemacht haben. Sag mal, hast du eigentlich diese wichtigen Orte bei dir an? Äh, joa. Antwort war, ich habe ja kein Problem, wenn Apple weiß, wo ich mich aufhalte. Aber ich habe jetzt echt ein Problem, dir diesen Screenshot zu geben. Sollte man mal drüber nachdenken. Also, das ist ein Screenshot eines befreundeten Hackers. Treibt sich halt auch rum, ne? Ja. Kommen wir jetzt mal zu den anderen, was sie sonst so machen. Oh Wunder, Reklame, Reklame. Ganz kurz nur drei Zitate. Einmal von der Zeit. Der Artikel ist von 2017. Da wurde das schon mal aufgenommen mit Ultraschall, Bluetooth und Sensoren. Immer mehr Tracking-Technologien in diversen Einkaufszentren und so weiter. Es gab das Ganze auch im ZDF. Das ist ebenfalls September 2017 ausgespät im Supermarkt. Also, das Thema ist offensichtlich ausreichend groß, dass es auch in die Medien so kommt, ne? Und dann hätten wir noch auch Tracking im Supermarkt. Der ist jetzt von Februar 2018. Wie Händler ihre Verkäufe durch Kundenortung ankurbeln wollen. Das heißt, die haben ein ziemliches Interesse daran zu sehen, wer steht wie lange vor welchem Regal. Und rechnen dann halt auch zurück, sind die Leute kaufkräftig oder nicht so? Wollen wir die jetzt vielleicht irgendwie in die Abteilung für die teureren Lebensmittel? Schicken oder eher in die Deskontoabteilung? Also, da ist schon recht viel Wollen dahinter. Data Logics. Wer hat schon von Data Logics gehört? Ich sehe eine Hand. Wer von euch hat eine Kundenkarte? Ich habe eine. Zwei. Ich sehe tatsächlich sehr wenige Hände. Okay, gut. Data Logics ist ein Anbieter, die machen primär, also es steht ja da auch schon ganz schön. Data Logics connects offline purchasing data to digital media to improve audience targeting and measure sales impact. Data Logics aggregates and provides insights on over 2 trillion dollars in consumer spending. Wir haben das jetzt mal kurz übersetzt. Wir haben das jetzt mal kurz übersetzt. Zwei Trillionen sind 2 Billionen Dollar, sind 2.000 Milliarden Dollar. Und diese Einkäufe in diesem Segment mappen sie jetzt auf einzelne Konsumentenströme. Data Logics ist 2014 von Oracle gekauft worden. Das heißt, wenn man jetzt ein Oracle-Tracking in seinem Laden einsetzen möchte, hat man diese Technologie, die Data Logics zur Verfügung stellt, quasi direkt mit dabei. Genau. Das heißt, sie führen mal einfach alles zusammen, was sie irgendwie kriegen können. Also nicht nur alles, was wir halt im Netz so tun, sondern auch alles, was wir sonst so tun. Und auch interessant, was jetzt allerdings nicht Teil des Talks sein wird, aber nur, um nochmal darauf hinzuweisen, Smart-TVs werden natürlich auch getrackt. Und was man öfters sieht, ist eben zum Beispiel da, to measure every consumer interaction. Also einige Hersteller versprechen tatsächlich, wirklich sehr hoher Prozentsatz der Leute zu tracken. Wie gut das funktioniert, ist immer fraglich, aber vom Marketing her, meiner Meinung nach, kann das auch schon gefährlich sein eigentlich. Facebook spielt natürlich auch mit, kennen wir. Das ist ein Artikel von 2016. Wie gesagt, nichts Neues. Facebook weiß, wo man sich aufhält. 2018 war jetzt gerade Anfang Dezember der Artikel. Es gibt neue Patentanmeldungen von Facebook, die halt aufgrund dreier Technologien, die sie jetzt patentiert haben, vorhersagen wollen, wo man sich aufhalten wird. Das heißt, da ist ein Teil mit NFC, einer mit halt auch andere Leute, vielleicht mit denen man befreundet ist oder wo jetzt gerade ein großer Menschenstrom ist. Das wird eben auch alles direkt mitverwertet. Wer kennt die Seite Haystack-Mobi? Ich sehe noch keine Hand. Keiner kennt Haystack-Mobi? Okay, das ist eine ziemlich coole Website, haystack.mobi slash panopticon. Funktioniert leider nicht gut mobil, weil sie sehr viele Ressourcen braucht. Rendert einem aber schön raus, wenn man in dieses Suchfeld eingibt, eine Android-App. Man gebe Android-App-Name in dieses Suchfeld ein und bekommt dann angezeigt, welche Tracker eingebaut sind. Im Falle von SwiftKey ist eingebaut Crashlytics und Facebook-Tracking. Das heißt, wer die Android-App-SwiftKey benutzt, um schneller zu tippen, sendet halt ständig Daten an Facebook. Pinterest, ebenfalls Facebook, Criticism-Branch, Crashlytics, Adjust. Facebook Messenger sends nur zu Facebook. Sie teilen nicht gern. Tatsächlich erstaunlich datensparsam. Wonder why. Meine Vermutung ist jetzt auch aus, wie gesagt, Web-Entwicklungs-Erfahrung, wenn man jetzt diese Tracker in die Android-Version einbaut, werden sie wahrscheinlich in der iOS-Version nicht fehlen. Ja, Wi-Fi, Bluetooth. Worüber wir eigentlich reden wollen. Also quasi das war mal eine Introduction, was gibt es allgemein aus Location-Tracking, vor allem Aktives. Daneben hat sich noch ein ganz anderer Markt entwickelt, der eigentlich mit, im Endeffekt, euren Kommunikationsdaten arbeitet. Zur Frage, was ist eigentlich alles betroffen? Wir haben uns da mal aufgeschrieben, was da drunter fällt. Die Liste geht vor allem mit IoT noch ins Unendliche weiter. Also da könnte man problemlos Kühlschränke, Kaffeemaschinen, Strichelbundanhänger, hier diese Suchdinger. Genau, Zahnbürsten etc. weiterführen. Einhörner, ist die Barbara da mit ihrem gehackten Einhorn? Ich sehe sie gerade nicht, okay. Und zwar basiert das auf einer, also wir schauen uns vor allem speziellen WLAN-Tracking an, weil ich mich damit beschäftigt habe und WLAN-Tracking hat sich eigentlich in den letzten Jahren ziemlich durchgesetzt. Davor gab es ein bisschen Bluetooth-Tracking, das halt auf Bluetooth-Hello-Messages im Endeffekt passiert. Sehr ähnlich, wie sich Geräte halt, Bluetooth-Geräte finden. Nachdem immer mehr Smartphones im Endeffekt im Umlauf sind, hat sich WLAN-Tracking relativ stark durchgesetzt, weil das im Endeffekt in jedem Access-Point geht. Und nachdem so circa jeder Shop aktuell sowieso gerne ein Kunden-WLAN hätte, dann ist das halt Abfallprodukt, also das Kunden-WLAN. Beides zusammen ist wahrscheinlich schon über 10 Jahre alt. Also, so Bluetooth-Tracking habe ich mir mal, ist mir das erste Mal, glaube ich, untergekommen bei Festivals. Das ist wahrscheinlich so circa 15 Jahre her, also als es die ersten Telefone, Feature-Fonds mit Bluetooth gab. WLAN-Tracking ist sicher auch schon gute 10 Jahre in den Anfängen her. Wie funktioniert das Ganze? Und zwar nicht exakt im technischen Detail jetzt, sondern eigentlich möchten wir mal erklären, wie das ein bisschen High-Level funktioniert. Wir haben im WLAN-Standard sogenannte Probe-Requests. Das ist ein Management-Paket, das jeder Client ausschickt, im Endeffekt, um aktives Scanning zu machen. Das ist eine Broadcast-Anfrage und heißt im Endeffekt nichts anderes als, bin ich zu Hause? Also, ich frage meine Umgebung, bin ich gerade zu Hause? Und wenn mir ein bekanntes Gerät antwortet, dann weiß ich, okay, ich bin offensichtlich zu Hause und kann mich in meinen Access-Point einloggen. Grund dafür ist es, dass es definitiv stromsparender ist, als wenn ich jetzt eine Sekunde zum Beispiel in jeden WLAN-Kanal reinhören muss, um ein Access-Point-Beacon zu empfangen, weil direkt auf Probe-Requests schicken die Access-Points halt direkt ihre Beacons. Das heißt, innerhalb von einer Millisekunde oder zwei Millisekunden weiß ich, okay, in meinem Umkreis ist kein Access-Point, der für mich interessant ist. Das heißt, ich kann mein WLAN wieder schlafen legen. Gleichzeitig wird es verwendet zwischen Access-Points im Wechsel. Wenn ich nämlich am Rande einer Access-Point-Zelle bin, dann möchte ich eigentlich als Gerät bzw. als WLAN-Chipset schon wissen, mit welchem Access-Point ich mich demnächst verbinden kann. Roaming funktioniert im WLAN nämlich auf Client-Seite und nicht auf Access-Point-Seite. Es gibt so ein Trick oder ein paar Tricks, wie man das ein bisschen auf Access-Point-Seite steuern kann, aber eigentlich sagt der Client, welchen Access-Point er als nächstes gerne hätte. Und der letzte Punkt, weshalb es diese Probe-Requests auch gibt, ist versteckte SSIDs, also Access-Points, die keine Beacons aussenden. Da muss der Client halt aktiv fragen, ist der Access-Point gerade da, also bin ich zu Hause? Und wenn der Access-Point sagt, ja, du bist zu Hause, du darfst dich bei mir einloggen, dann kommt eigentlich erst diese Verbindung zustande. Was ist in so einem Frame enthalten? Das ist grundsätzlich die MAC-Adresse des anfragenden Clients, Capabilities, also was unterstütze ich? Eventuell Kanäle von 2,4 oder 5 GHz, unterschiedlich nach Client, aber auch welche Modulationen, also 8,211, N, B, E oder was auch immer der Client unterstützt. Und wenn das Pacific-Fields. Was oft auch noch drin ist, ist gesuchte SSIDs. Dann wissen die Access-Points nämlich, womit sich der Client eigentlich verbinden möchte und brauchen nicht mal Antworten, wenn ich als Access-Point diese SSID oder dieses Netz gar nicht ausstrahle. Es ist ganz interessant, die meisten Clients machen das, es ist halt ein massives Privacy-Leak, weil die WLAN-Geräte einfach permanent ihre, mehr oder weniger, ihre WLAN-Liste broadcasten. Und die ist, soweit ich weiß, halt eigentlich pro Gerät auch unique. Also selbst wenn wir jetzt viel zusammen unterwegs sind, sind es halt doch nicht 24 Stunden, die wir so rumrennen und immer im selben WLAN irgendwo uns einloggen, sondern letztendlich lässt sich dadurch, durch eine solche Liste halt wieder auf ein spezielles Gerät und dadurch halt auch durch, oder auf eine spezielle Person zurückführen. Genau, vor allem auch im Zusammenhang mit den Vendor-Specific-Fields. Das heißt, ich habe eventuell Felder, die kann ich nicht dekodieren, aber ich weiß, wenn ein Gerät mit ähnlichen Daten wiederkommt, dann ist die Chance groß, dass es dasselbe ist. Diese Probe-Requests werden je nach Client-Implementierung und je nach Power-Saving mehrmals die Minute ausgestrahlt, zum Teil sogar mehrmals innerhalb von 10 Sekunden. Und das, obwohl der Client nicht verbunden ist mit einem Access-Point. Das kommt darauf an, sehr stark auf die Geräte. Smartphones verhalten sich da anders als Laptops. So ziemlich das Schlimmste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, in der Nintendo Switch, die alle 2-3 Sekunden so gut 5 Pakete rausgeschmissen hat. Und einfach mal nachgefragt habe, wo irgendwo ein Access-Point im Umkreis ist. Wer läuft mit dem Nintendo Switch durch die Gegend? Ich will keine Hand, das ist gut. Okay. Gleichzeitig wird das auf mehreren Kanälen oder allen Kanälen gebroadcastet. Natürlich möchte ich die Access-Points erreichen, zu denen ich mich hinkonnecten möchte. Das heißt, der Client geht üblicherweise seine Kanalliste durch und fragt bei jedem Kanal an. Das heißt aber gleichzeitig, wenn ich Tracking aufgrund dieser Request machen möchte, dann brauche ich nicht nur mal einen Haufen Access-Points, sondern dann reicht ein einziger auf einem Kanal, weil die Chance ist ja groß, dass der Client auf dem Kanal einfach mal Probes senden wird. Was noch dazu kommt ist, Management-Frames werden immer mit sehr niedriger Bandbreite gesendet, damit einfach Kommunikation sauber und sicher stattfindet. Also sicher im Sinne von mit hoher Reichweite und wenig Paketverlust stattfinden kann. Das heißt auch, selbst wenn euer WLAN zu Hause nur 20 Meter weit geht, weil ihr danach keine Bandbreite mehr habt, Management-Frames gehen ein paar hundert Meter. Das heißt, das kann selbst, wenn man in der Straße eventuell nicht direkt an einem Geschäft vorbeigeht, und nur wenn man daran schräg vorbeigeht oder so im Umkreis von ein paar hundert Metern, ist es sehr leicht, da aufgeschnappt zu werden. Also das auch als Hinweis, das ist ein Produkt, was man als Shop-Anbieter, wenn ich jetzt so eine Filiale von irgendwas habe, kann ich mir jetzt tatsächlich einen Anbieter suchen und sagen, hey, ich würde ganz gerne wissen, wie viele Leute stehen denn da jetzt draußen bei mir an diesem Schaufenster und welche von denen kommen hinterher rein ins Geschäft, das kann man tatsächlich normal buchen. Das ist dann halt meistens so ein WLAN-Tracking, dass man sagt, okay, anhand von angeschaltetem WLAN bei Geräten können wir jetzt halt rausfinden, wie viele Leute stehen denn da wie lange vor diesem Geschäft, wie oft kommen sie da vorbei und welche von denen kommen später rein und vor welchem Regal stehen sie dann für wie lange und kaufen sie hinterher dann tatsächlich auch was. Also letzteres wird dann halt auf Kundenkarte gemappt oder Kartenzahlung. Bei niedrigen Kundenzahlen kannst du das auch mit Timestamps machen. Was in den letzten Jahren sich dann durchgesetzt hat, war die Idee, dann machen wir doch Mac-Randomization. Das heißt, die Mac-Adresse, mit der wir Beacon-Frames ausschicken, wird einfach regelmäßig gewechselt und wir verwenden nicht die Mac-Adresse, die unser Gerät eigentlich hat. Das wird seit Android 6.0 unterstützt. Windows 10 und Linux 3.18 hat das grundsätzlich drin. Bei iOS ist es auch schon länger drin. Es ist aber relativ klar, schon durch einige Studien, dass sich das vergleichsweise easy umgehen lässt. Als einfaches Beispiel, die meisten Geräte antworten mit ihrer echten Mac-Adresse, wenn man auf ihre falsche Mac-Adresse ein Antwortpaket schickt. Das ist dann zwar nicht mehr passiv, aber wenn ich eh schon ein Access Point bin, der beliebige Pakete schicken kann, dann kann ich auch einfach auf Clients, die mich interessieren, antworten und sagen, hey, vielleicht möchtest du dich bei mir einloggen. Und das Gerät antwortet dann mit seiner Mac-Adresse, die im Gerät eingebrannt ist. Das stellt dann eine Frage. Wer trackt mich jetzt eigentlich genau? Die Antwort ist, also einmal sind es Infrastrukturanbieter, Shoppingmalls, Einzelhandel, Hotellerie, Tourismusgebiete, Werbedienstleistungen, davon sehr viele, Verkehrsbetriebe, erschreckend viele, und Städte und Verwaltungen, tatsächlich. Die Frage ist, wer steckt jetzt dahinter? Das heißt, es kommt ja jetzt nicht irgendwie eine Stadtverwaltung, das sagt, wir haben jetzt gerade mal so ein paar Millionen über, wir entwickeln sowas selber, sondern normalerweise wird das halt an Dollar-Dienstleister rausgegeben. Und Dollar-Dienstleister sind dann so, vorhin genannt, Oracle, IBM, da gibt es dieses tolle Watson-Personality-Insights, Cisco, Facebook, Purple, WiFi, Google, Unwired und noch so ein paar. Grundsätzlich ist das Problem, viele von den Firmen, die sich halt als von einer Drittfirma so eine Lösung einkaufen, wissen selber nicht, wie es funktioniert. Die wissen nicht, dass da tatsächlich Offline-Tracking so passiert, sondern Location-Based-Service, das ist grundsätzlich was, womit die Leute halt nicht wirklich, die das einkaufen, ein Gefühl haben, wie sowas passiert, welche Daten da verarbeitet werden und wie das Privatsphäre-mäßig aussieht. Ein gutes Merkmal, wie man sowas auch erkennt, ist, alle diese Firmen, die tracken, wir haben nachher noch ein paar Beispiele, schreiben sich sehr stark drauf, dass sie DSGVO-kompatibel sind. Und zwar ausschließlich. Also vor allem, je stärker die Firmen das machen, umso stärker werden sie damit. Zum Thema Städte und Verwaltung, die wollen eventuell gar nicht wissen, wie sind da Besucherströme oder so. Da geht es zum Teil auch einfach um Stauerkennung, da haben wir bei Naka noch ein Beispiel. Oft geht es tatsächlich nicht um Tracking, aber die Methode, die verkauft wird, ist halt dieselbe. So, jetzt gucken wir mal, ob das mit diesem Video funktioniert. Sekunde. Ein Kommentar davon. Das ist am Anfang eines Werbevideos von Cisco. Das fand ich relativ schön als Beispiel, wie sich solche Firmen das eigentlich vorstellen. Was sie da eigentlich verkaufen. Sollte das nicht spielen? Ja. Also wir sehen normalerweise, Besitzer hat er bewusst. Ist das gut genug? Genau. Billions of digital footprints left by visitors. Dinge mit real-time interaction mit denen. Genau. Visitor experience will never be the same again. Fand ich relativ schön, weil es so schön zeigt, vor allem mit diesem Ist das good enough? Ist es good enough, dass wir anonym uns in öffentlichen Räumen bewegen können? Die Frage finde ich von einer Firma relativ, die sowas, die das als Frage stellt, relativ interessant. Vor allem, weil es eine sehr große Firma ist, die halt wirklich einen sehr großen Marktanteil in dem Bereich hat. Also wenn man sich halt jetzt ein bisschen drauf einlässt und nicht nach Offline-Tracking sucht, sondern nach eben den vorhin genannten Buzzwords, findet man eine ganze Reihe an genau solchen Werbevideos von Anbietern, die genau so etwas tun. Und nur als Hinweis, wir haben uns nicht, weil wir Cisco nicht mögen, Cisco rausgesucht. Cisco hat tatsächlich dazu relativ schöne, bunte Dinge, die man nett herzeigen kann. Das ist natürlich Marketing für die. Andere sind da ein bisschen heikler mit ihren Daten. So, Cisco Meraki, das ist die Cloud-Lösung von Cisco. Das heißt, da gibt es keinen Controller, den ich on-site habe. Da bietet das natürlich auch an. Das heißt, wenn ihr Cisco Meraki habt und dieses Feature eingeschaltet habt, dann steht in eurer Datenschutzerklärung hoffentlich auch drinnen, dass ihr die Daten auch an Cisco weitergebt. Natürlich bieten alle Hersteller von Infrastruktur, die sowas grundsätzlich unterstützen, APIs an, um diese Daten auch abzugreifen. Und zwar mit voller MAC-Adresse und mit voller Empfangsstärke. Das Interessante daran ist, in der Datenschutz-Erklärung von Cisco steht drinnen, dass sie MAC-Adressen nur anonymisiert speichern und nicht voll. Und auch Teile der MAC-Adresse entfernen. Über das API bekomme ich die MAC-Adresse trotzdem raus. Als Hinweis, das ist einfach nur ein Screenshot von Meraki und Cisco.com, und zwar Location Analytics API heißt das. Das ist eine öffentliche Webseite. Ein anderer Hersteller hat da eine sehr nette Übersicht über Firmen, die Daten von Location Tracking verarbeiten. Aroba werden die meisten von euch kennen. Ich glaube, der Großteil des Kongresses wird mit Aroba-Access-Points abgedeckt. Und Euglid ist mir da ein bisschen auf der Webseite ins Auge gestochen, weil da steht nämlich, dabei werden ausschließlich anonyme, nicht personenbezogene Daten erhoben. Zeigt man diese anonymen, nicht personenbezogenen Daten? Das sieht dann auf der Euglid-Seite ca. so aus. Also wir haben E-Mail-Adresse, Mobile-ID, Name, Alter, Likelihood of Visit und Offline Visit History, also quasi das Ganze einmal zusammengefasst. Und Euglid ist auch ein relativ großer Anbieter, der halt auch in seiner Datendutz-Erklärung drinsteht hat, dass er natürlich auch Daten von anderen Firmen einkauft und die zusammenführt. Bei Cisco kann man ein Opt-out machen zum WLAN-Tracking. Das heißt, man gibt da auf einer Maske seine WLAN-Mail-Adresse ein und muss ein Capture von Google lösen. Bei Euglid geht das Opt-out natürlich auch. Man muss allerdings zwingend seine E-Mail-Adresse angeben. Was ich auch grundschön empfinde. Das Problem ist jetzt erstmal, um überhaupt bis dahin zu kommen als Kunde. Ja, also woher soll ich wissen, dass ich bei Euglid Opt-outen könnte oder sollte, wenn ich einfach nur mal eine Einkaufsstraße langgegangen bin? Genau, das Problem ist halt, es gibt hunderte von diesen Firmen, die genau diese Dinge machen. Und es ist als Kunde oder auch als Privatperson einfach, selbst wenn man nicht in Jobs geht, nicht möglich festzustellen, von wem werde ich getrackt, an welche Firmen wird es weitergegeben, was passiert damit eigentlich. Und eventuell sogar, mit welchen Apps, die auf meinem Handy laufen, werden die Daten abgeglichen. Weil diese Daten kommen natürlich zum Teil auch aus anderen Datenbanken oder von Handy-Apps. Eine Handy-App kann möglicherweise die Mac-Adresse je nach Gerätetyp auslesen und deshalb weiß ich dann relativ sicher, okay, Person hat Facebook installiert, mit der Facebook-ID hat die Mac-Adresse und die war genau zu den Zeiten, in welchem Shop. Dann haben wir noch ein Video von Cisco und zwar... Tut das? Ja. Stores, Schools, Hotels, Airports. Und dieses ist über ein Projekt. You need to make the most of the utility of that space to increase revenue. And that means understanding what your customers do once they have entered your place of business. By better understanding that behavior, you can optimize your physical layout and staffing to better serve those customers. Cisco Connected Mobile Experiences can give you this insight. By detecting and anonymously tracking wifi signals from smartphones and tablets, the solution can capture, aggregate and analyze customer movements und Verhältnisse zu Ihren Geschäftsmodellen. Wir schauen uns die Lösung in der Aktion. Working mit Cisco und Sita, Copenhagen Airport hat sich dieses Prochschlag in 2010. Der Airport hat drei E-Maps von ihren Terminals und hat die Analyse von Cisco aus dem System überlegt die Bewegung der Passagier durch die Terminals. Die Lösung der Cisco ist, zu identifizieren die Passagier der Passagier und zu vertreten ihre Routen durch die Terminal. Ja, aber Leute, wer im Flughafen nicht im Flugmodus ist... Wichtig. und die Daten der Passengerzettung. Mit mehr als 20 Millionen von den USA zu besuchen, der Copenhagen Airport und Sita können die Trends durch die Peak- und Low-Travel-Seasonen Mit dieser Informationen in hand, der Airport kann die Kapazität verbessern, indem man die Läupte anzimulassen, verändern die Stärkung und die Stärkung, und verändern und verändern die Modellnets. As a result, the airport is able to serve its customers better and more cost-effectively. Cisco Connected Mobile Experiences is the tool that lets you use your Wi-Fi network to better understand customer behavior, regardless of your business. Armed with this information, you can realize the full potential of your venue and make your customers happier, more loyal, and more willing to spend. Cisco Connected Mobile Experiences. Imagine what you can do. For more information, visit www. Ja, es wird nicht besser, wenn man das länger guckt. Noch ein kurzes, oder meine Überlegungen, die ich dabei hatte bei dem Video, es wird am Anfang erklärt, das sind ja anonyme Daten. Gleichzeitig kommt später, dass es historische Daten gibt und dass sie Personen genau tracken können. Die zwei Dinge passen halt nicht zusammen. Viele von diesen Herstellern werben damit, dass es anonyme Daten sind. Bepisst man halt im Zweifelsfall was dazu kauft und das Ganze auf Kartenzahlung mit? Nein, im besten Fall sind das pseudonyme Daten. Weil selbst wenn ich nur einen Teil der Mac-Adresse speichere, es irgendwie hashe oder so, die Chance ist groß, dass ich es eben wieder zurückführen kann. Es gibt ein Paper zum Problemen mit Mac-Adress-Hashing. Das ist auch ganz interessant, wenn man sich das durchlesen möchte, falls man einen Fall tatsächlich hat, wo man sowas implementieren muss. TLDR des Papers ist, und es gibt nur sehr, sehr wenige Wege, das tatsächlich gut zu machen. Und die meisten machen es falsch. Wer hat schon von Bonds Bluetooth-Tracking gehört? Ah, Paarhebende. Das ist ein Screenshot der Webseite, das heißt, die Stadt wirbt aktiv damit. Ja, also mittels Bluetooth-Technologie gibt es halt in Freisprecheinrichtungen, Audio-Radios, Navi-Systeme, Laptops, Notebooks, Tablet-PCs, iPods, Smartphones und so weiter. Hier dieses beliebten Bluetooth-Kopfhörer würde ich da jetzt gleich nochmal mit dazu tun. Wer hatte das Autoradio auf dem Schirm? Ah, paar Hände, okay. Gebe ich zu, hatte ich vorher nicht. Das war so, ach, stimmt, noch was. Das heißt, in der Stadt Bonn wird man halt, oder die machen halt Staumessung oder Verkehrsflussmessung anhand von Bluetooth-Geräten. Der, oder die Webseite ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich glaube, die ist aus 2012 oder 2013. Als das in Betrieb gegangen ist, waren es 18% der Verkehrsteilnehmer, die dadurch identifiziert wurden, beziehungsweise die halt dank Bluetooth erfasst werden konnten. Das wird wahrscheinlich mittlerweile bestiegen sein. Was man hier in Grau noch nicht so gut sieht, ist, dass, da steht, geschieht dies an mindestens zwei Messstellen. Es ist bekannt, wie lange das Gerät und damit das Fahrzeug benötigt hat, um die Strecke zwischen den Messpunkten zurückzulegen. Das heißt, insofern, dass zwischen den Messpunkten gespeichert wird und zumindestens abgeglichen wird. Das ist nicht nur eine reine Statistik, wie viele Geräte sehe ich in der letzten Minute zum Beispiel an diesem einen Standort, was eine Metrik ist, ein einziger Wert, der komplett anonym ist, sondern das ist ein Abgleich über mehrere Locations. Die Kurzfassung ist, was wir schon gesagt haben, wir können alle nicht wissen, wer uns trackt und welches Ausmaß das Ganze hat. Weil wir einfach, also es ist halt eine verbindungslose Technologie, ja, also zumindest kabellos, es gibt eine unbestimmte Anzahl gesichtslose Anbieter, die halt von irgendwelchen Firmen eingekauft werden und die Shop-Betreiber selber wissen meistens nicht, was sie da eigentlich eingekauft haben, ja. Das heißt, für uns ist halt das Problem, was ich vorhin schon sagte, wir können nicht wissen, wem wir eine Anfrage schicken müssen, um unsere Daten da überhaupt jemals löschen zu lassen. Auf die Idee sind übrigens mittlerweile sogar die Amerikaner gekommen. Das ist eine Stellungnahme der Big Data and Privacy Working Group noch unter Obama. Die ist von der jetzigen White House Seite schon verschwunden, man findet sie aber noch im Archiv. Das heißt, da kommen sie dann halt drauf, zu hinterfragen, ob das Grant Permission for a Service to collect and use information about them. Das heißt, einem Service halt tatsächlich die Erlaubnis geben, ob dieses Modell überhaupt noch relevant ist, ob das überhaupt noch angewendet werden kann. Das ist von 2014. Es gibt übrigens nicht nur Firmen in Amerika, die sowas anbieten, auch als grösses Business-Modell im Endeffekt, sondern auch relativ viele in Europa. Genau, da haben wir nämlich auch noch zwei. Gibt es noch was gesucht? Genau. Es gab in der EU bereits zwei Fälle, die wir als Beispiel hergenommen haben, wo sowas von Behörden verboten oder eingedämmt wurde. Und 2015 in Frankreich, da gibt es eine relativ große Firma, die so Binboards herstellt und die wollten einen Access Point an ihre Straßenschilder montieren, also quasi Straßenwerbung montieren, damit sie wissen, im Umkreis von 20 Meter, wer ist da vorbeigegangen und hat möglicherweise dieses Schild gesehen und ist später dann in der Einkaufsstraße tatsächlich in den dazugehörigen Shop gegangen. Das ist so eine Art Volksmessung, das in Werbung hin und wieder angeboten wird. Wurde damals von der französischen Datenschutzbehörde gekippt, und zwar, obwohl sie Teile der MAC-Adresse, und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, die ersten drei Bytes, also im Endeffekt der Hersteller, und nur die letzten drei Bytes sind übrig geblieben, obwohl sie nur das verwendet haben, hat die Datenschutzbehörde trotzdem gesagt, das ist noch immer ein zu großer Wiedererkennungsbereich, das ist so legal nicht machbar. Das Projekt wurde gekippt. In Schweden gibt es eine Firma, die so Visitor Flow auch anbietet, die hatte auch 2015 das Problem, dass die Datenschutzbehörde da aufmerksam wurde, und die dürfen Probes zwar noch verarbeiten, aber nur mehr rein statistisch. Das heißt, sie dürfen keine MAC-Adresse speichern, und nur mehr eigentlich die Statistik, wie viele Daumen mal Pi-Geräte sind an meinem Gerät gerade, oder an meinem Access Point gerade vorbeigegangen. Das war noch vor DSGVO-Rechtssprechung. Genau, DSGVO. Nach welchen Paragraphen könnte das noch gehen? Ja, Artikel 6, 1f. Berechtigtes Interesse, das ist eh das, wonach oder wo sich jetzt alle Advertising-Anbieter quasi darauf rausreden. Sie haben ja ein berechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten. Die Sache ist, da kommt jetzt eigentlich der zweite Teil ins Spiel. Wenn eben diese zur Wahrung der berichtigten Interesse des Verantwortlichen oder des Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Wer hat schon Kinder mit Smartphones oder Bluetooth-Kopfhörern oder sonstigen Bluetooth-Geräten in Einkaufsstraßen gesehen? Also, eh praktisch niemand. Also eigentlich, eigentlich wäre dem so, Erwägungsgrund 47, die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine einem berechtigten Interesse die in der Verarbeitung betrachtet werden. Die Frage ist aber auch, gilt das als Direktwerbung? Ja, das ist die große Frage. Es gibt von... Was sind jetzt hier... Warte mal. Wir gehen da jetzt mal schnell drüber, weil sonst kehren Sie uns hier gleich von der Bühne. Die E-Privacy... Das geht schon. Also grundsätzlich ist die Artikel 29 Working Group, die mittlerweile in dem... Wie heißt die Organisation jetzt? Also die Artikel 29 Working Group hat einige von der... Europäischer Datenschutzausschuss. Genau. Also die Artikel 29 Working Group ist jetzt im Europäischen Datenschutzausschuss aufgegangen. Die haben einige Dokumente zum Thema Datenschutz und wie die DSGVO auszulegen ist geschrieben und auch sehr viel zur E-Privacy Regulation und haben unter anderem geschrieben, wie denn genau das in der DSGVO auszulegen ist. Und als Beispiel schreiben Sie rein, dass das sein dürfte in gewissen Rahmen, zum Beispiel rein statistisches Counting, limited in time and space und nur für den Purpose und deleted and anonymized is immediately after words und effective opt-out possibilities. Uns werden da gerade die 0 Minuten gezeigt. Sollen wir hier mal klink sein? Also es gibt da noch ein bisschen mehr dazu. In der Realität sieht das leider halt alles noch ganz traurig aus. Ja, und das ist auch ein Screenshot von Euclid. Da steht a few days later also quasi, wenn ihr ein paar Tage später in irgendeinem anderen Shop, der auch als dritter Anbieter oder als Sub-Sub-Sub-Unternehmer diese Firma verwendet, dann wissen die natürlich von welchem Shop zu welchem Shop ihr wann geht. Genau. Es gibt dann noch ein paar anwendbare Gesetze abseits der DSGVO, weil nicht nur die DSGVO beschäftigt sich mit Privacy. In Deutschland gibt es das Telekommunikationsgesetz und das hat das Abgehörverbot, die Geheimhaltungspflicht der Betreiber von Empfangsanlagen drinnen. Das regelt eigentlich, dass wenn ich Dinge empfange, die nicht für mich bestimmt sind, dann darf ich sie auch nicht weitergeben und darf eigentlich auch nicht die Tatsache aufschreiben, dass ich sowas empfangen habe. Das ist nicht ganz so genau geregelt. Das österreichische Telekommunikationsgesetz geht da ein bisschen weiter. Das geht nämlich im Speziellen auch auf Funk-Kommunikation ein. Und sagt dem Kommunikationsgeheimnis unterliegen Inhaltsdaten, Verkehrsdaten, Standortdaten und auch Daten aufgrund erfolgloser Verbindungsversuche. Und ein Pro-Request zählt eigentlich als erfolgloser Verbindungsversuch, weil ich versuche, mich mit meinem Heim im Access Point zu verbinden. Ja. Das Weitere ist ebenfalls Weitergabe von Standortdaten ist unzulässig und in genauen Funkanlagen die Dinge empfangen, für die sie nicht, die unabsichtlich oder für die Information nicht bestimmt war, dürfen diese Daten auch nicht übermittelt werden und auch nicht festgeschrieben werden, dass man sowas überhaupt empfangen hat. Also theoretisch mit exakter Auslegung des Gesetzes dürfte ich nicht mal mitschreiben, wie viele Geräte oder wie viele Pro-Requests statistisch ich gerade empfangen habe. Selbst wenn ich davon nichts mitschreibe. Also keine Daten mitschreibe. Jo. Und dann, eigentlich ist das Ganze nämlich noch viel schlimmer. Es gibt nämlich auch noch diese sogenannten Data Broker. Die machen nichts anderes als mit Daten zu handeln, diese irgendwo einzukaufen, zusammenzuführen, wieder zu verkaufen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt wissen, dass man bei Euclid ein Opt-out machen könnte und sich seine Daten dort löschen lassen könnte, ist völlig unklar, ob die nicht unsere Daten, unsere Bewegungsprofile schon an irgendwen anderen weiterverscherbelt haben. Das heißt, Data Broker gibt eine ungenannte Anzahl. Ich glaube, das letzte, was ich grob gehört habe, war über 6.000. Unsicher, wie gesagt, wie der Geschäftsmodeller halt dahinter sind und wer mittlerweile alles Zugriff auf die so gesammelten Daten hat. Ja, Frage? Kann man sich überhaupt selber schützen? Es gibt ein paar Möglichkeiten, um sicher zu gehen. Bluetooth aus, WLAN aus, Kartenzahlungen und Kreditkartenzahlungen vermeiden. Kundenkarten auch am besten. und Kundenkarten und WLAN und Bluetooth am besten immer auslassen, auch zu Hause, weil ihr wisst nicht, in welchem Umkreis von ein paar hundert Meter eventuell Jobs sind, die das noch verwenden. Für Android gibt es da eine App für, die ihr das für alle macht, zumindest für Wi-Fi. Die ist aus dem F-Trade-Store. Die macht einen Track, die deaktiviert im Android nämlich alle gespeicherten WLAN-Profile, die gerade nicht passiv in Reichweite erkannt wurden. Das heißt, das funktioniert tatsächlich relativ gut, auch mit Testen. Ich habe von meinem Handy da tatsächlich nur Probes gesehen, wenn ich tatsächlich in einem WLAN mich eingebucht habe. Hat auch ein paar andere Tricks, nämlich, das erkennt, welche Mac-Adressen der Access Point sich, also das Gerät schon empfangen hat und wenn der SSID jetzt irgendwo auftaucht, wo sie nicht sein sollte, fragt mich das Gerät, bist du dir sicher, dass du eigentlich gerade zu Hause bist oder dass dieses WLAN gerade empfangen werden sollte. So, und bevor Sie uns jetzt hier von der Bühne schläuchen, sagen wir erstmal ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Immer das WLAN ausdrehen und Bluetooth. Keine Bluetooth-Kopfhörer. Ja, herzlichen Dank, Claudia und Clemens. Leider sind wir echt ordentlich über der Zeit, deswegen ist leider keine Zeit mehr für Fragen und Antworten. Aber wir sind eh noch da. Die beiden sind tatsächlich noch zwei Tage da. Wollt ihr vielleicht einfach hier vorne noch ein paar Minuten stehen bleiben, dann könnten Menschen, die sich, die nochmal dringende Fragen haben, sich vielleicht mit den beiden kurz kurz schließen, nochmal bei einem Gezwängtreffen oder sowas. Ich hätte eigentlich noch eine ganz kurze Bitte ans Publikum. Na dann, aber warum? Wenn ihr öffentliches WLAN benutzt, falls ihr das tut, dann stellt doch hin und wieder den Firmen, die das zur Verfügung stellen, eine Datenschutz, also eine Datenauskunftsanfrage. Die sind das nämlich überhaupt nicht gewohnt. Ihr habt das Recht, eigentlich solche Daten zu bekommen, auch WLAN-Probes, weil das zählt unter die Informationsstandarddaten und wahrscheinlich bei öffentlichem WLAN ist gerade dort eine Datenschutzerklärung. Wenn es überhaupt festgeschrieben ist, dort drin festgeschrieben, dass WLAN-Tracking gemacht wird. Dankeschön. Sehr schön. Danke nochmal an Claudio und Clemens. Alrighty. Das war Claudio und Clemens von der Chaos West 35 C3. Link zum Video ist natürlich wie immer in der Beschreibung und wir spielen hier auf Lasergurkenland, dem Manila Anarchista war mit der Domain eselilun.com. Schaut auch mal vorbei und ja, das war es dann mit dieser Episode und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten.